Lothar Matthäus ist bald nicht mehr nur Rekord-Nationalspieler, sondern auch Rekordhalter in Sachen Scheidung. Der Ex-Kicker hat sich nämlich bereits zum fünften Mal scheiden lassen. Das hat nun die Bild erfahren. Der 60-Jährige und seine 33 Jahre alte Ex Anastasia sind dabei sogar schon seit einiger Zeit getrennt, wie er offenbarte. Wir sind geschieden schon seit Anfang des Jahres. Da hat sich Lothar Matthäus allem Anschein nach heimlich still und leise von Ehefrau Nummer 5 verabschiedet. Der Grund waren seine Aussage nach die unterschiedlichen Interessen. Seit 2014 war er mit der Russin verheiratet, das Paar hat einen siebenjährigen Sohn. Doch auch mit seinen anderen Ex-Frauen war die Liebe nie langlebig. Nur etwa zwei Jahre war er zuvor mit Liliana verheiratet, die Scheidung folgte 2011. Von 2003 bis 2008 war die Serbin Mariana als Gattin an der Seite von Lothar Matthäus zu sehen. Fünf Jahre wiederum dauerte die Ehe mit der Schweizerin Lolita an, bis sich die beiden 1999 scheiden ließen. 1994 kam dabei bereits ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Die längste Ehe von Lothar Matthäus dauerte von 1981 bis 1992 mit seiner ersten Frau Sylvia. Zwei Töchter gingen aus dieser Verbindung hervor. Der Ex-Fußballspieler verriet aber schon in der Vergangenheit, dass er keine seiner Ehen bereuen würde, da es immer Herzensentscheidungen waren.